Musik Also ich freue mich darauf, guten Gesang zu hören. Auf die Gesänge, auf die Atmosphäre, auf die Kutten natürlich, das Geheimnisvolle, also ich bin mal gespannt. Ja, diese Variation, diese Kombination zwischen diesen alten gregorianischen Gesängen und modernerer Popmusik zu hören, darauf freue ich mich. Musik Wir sind die gregorianischen Musiker, wir sind professionell Musiker, wir kommen von Bulgarien. Die starten der Musiker sind die gregorianische Gesänge, die originalen gregorianische Gesänge. Und dann singen wir die Gesänge von der Ost-Orthodoxen Kirche. Musik Ich und Chris studieren wir in der National Academy of Musik in Sofia. Aber die anderen Leute sind die professionell Musiker. Musik 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 Der zweite ist die Polyphonische Partie. Wir haben vier Vögel von Palästrina und andere Komponenten aus den Osten. Wir singen Madrigals, wir singen Arrangements von Pop-Songs. Musik ist ein Universerischer Sprache. Wir haben Konzerte dieser Musik in den ganzen Ländern. Wir haben Konzerte in Deutschland, in Frankreich. Wir haben Konzerte in Belgien und Luxemburg. Musik ist ein Universerischer Sprache. Musik kommt von unseren Herzen. Und von unseren Säulen. Und von unseren Säulen, natürlich. Und wir presentieren diese Musik zu den Menschen. Und wir verbinden die Menschen in unserem Konzert mit Gott. Musik 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 Amen.